Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lugia Dragon Mary. Leider müssen wir uns wieder einmal von zwei Farbmäusen verabschieden, und zwar von der Tappi. Die ist am 15.03.2017 gestorben, woran auch immer, sie ist ziemlich zeitig verstorben. Halbes Jahr erst alt, wahrscheinlich weil sie aus einer Inzucht zur Handlungsvermehrung kommt. Und unser lieber Barry wird wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben sein, weil er ist über eineinhalb Jahre alt geworden. Ja, ganze fünf Tage nach der Tappi hat er uns verlassen. Und zwar am 20.03.2017. Ja, kommt gut oben an, meine zwei Hübschen. Wir werden uns irgendwann einmal wiedersehen. Dann hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.